RPG A Day 2019 und in diesem Video wird geträumt. Hallo zusammen, ein weiteres Mal herzlich willkommen zum RPG A Day 2019, diesmal das Stichwort Dream. Und ja, was mir bei Dream eigentlich zuerst einfällt, ist tatsächlich das Spiel Changeling, The Dreaming. Aber über das möchte ich heute nicht reden, auch wenn es sich weiterhin recht großer Beliebtheit erfreut, auch wenn man davon online wenig mitbekommt, macht aber nichts. Ich möchte aber über Träume an sich reden. Ich persönlich liebe Träume im Rollenspiel, ich finde die ganz, ganz großartig. Gleichzeitig ist es allerdings auch ein Element, was sich sehr, sehr leicht überstrapazieren lässt. Und über beides möchte ich heute ein Stück weit reden. Zunächst einmal, was ist so toll an Träumen? Wenn man Träume ins Spiel bringt für einen bestimmten Charakter oder vielleicht auch für alle Charaktere, dann hat man natürlich die Möglichkeit, ein bestimmtes Szenario zu beschreiben, wie es kommen könnte. Also es könnte so ein prophetischer Traum sein. Man kann Hilfestellungen geben, indem man bestimmte Elemente beschreibt, aber eben symbolhaft. Also es sind Rätsel enthalten und ihr wisst wahrscheinlich, ich persönlich mag keine Rätsel. Das ist aber eine Form der Rätsel, denen ich durchaus sehr offen gegenüberstehe. Das heißt, es geht darum herauszufinden, was will dieser Traum mir sagen? Warum träume ich das jetzt? Oder vielleicht, wer hat diesen Traum geschickt? Oder irgendwas in der Richtung. Also im Rollenspiel ist es ja meist so, dass es jetzt nicht einfach nur, ich verarbeite den Tag ist, sondern dass bestimmte Elemente damit verknüpft sind, wie eben dieses Rätselraten. Wer hat mir den Traum geschickt? Oder was sollte der Kelch in meinem Traum? Oder irgendwie was in der Richtung. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Tatsächlich braucht es aber einige Zeit, also 1, 2, 3, 4, 5 Minuten, in denen ein Traum erzählt wird, in denen man als Spielleitung also eine bestimmte Welt, ein bestimmtes Szenario entwirft oder eben weitergibt, vielleicht auch vorliest und da muss man dann ganz besonders vorsichtig sein, diese Symbole eben mit rein verknüpft und versucht, eine bestimmte Stimmung aufzubauen. Solange nur ein Charakter einen solchen Traum hat oder alle denselben Traum haben, ist das eigentlich okay. Es ist ein ziemlich langer Monolog, den man als Spielleitung dann in dem Moment hält, aber das passt in der Regel schon. Wenn allerdings nur ein Charakter so einen Traum hat und alle anderen nicht und auch nicht in den Folgenächten, dann muss man schon wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil es dann so ein bisschen in Richtung Bevorzugung gehen könnte. Da hat jemand was zu knubbeln, was die anderen nicht haben. Das heißt, wenn nur ein Charakter irgendetwas träumt, sollten die anderen irgendeine Alternative dazu haben. Also vielleicht etwas rätselhaftes tagsüber finden oder irgendwas in der Richtung, wenn sie denn keine eigenen Träume bekommen. Insgesamt, wenn jetzt aber beispielsweise vier Charaktere vier verschiedene Träume haben, sind wir schon wieder bei einem Thema, was ich schon mal angesprochen habe, nämlich Zeit. Dann können gut und gerne mit den Reaktionen 20 oder gar 30 Minuten vergehen, wo aber nicht jeder beteiligt ist, sondern die aufgesplittet sind auf die Einzelnen. Und gerade wenn es um wiederkehrende Träume geht, die also beispielsweise immer schlimmer werden mit der Zeit, dann kann das ein bisschen knifflig werden. Es gibt auch Abenteuer, selbst entworfene, da scheint es mir relativ beliebt zu sein, aber durchaus auch große offizielle Kampagnen, die mit einer Traumsequenz anfangen. Ich möchte jetzt kein Beispiel nennen, also nicht beim Namen nennen, weil ich niemanden spoilern möchte, aber es gibt von einem größeren Fantasy-System beispielsweise auch sowas, wo man eben mit einer großen Traumsequenz anfängt. Und meiner Meinung nach, ich habe es selbst nicht gespielt und geleitet, ich habe es mir bei anderen angeschaut. Meiner Meinung nach ist es so, dass relativ schnell klar wird, dass es sich um einen Traum handelt. Und weiteres Problem solcher Träume ist, dass es meist keinen Ausweg gibt in irgendeiner Form, sondern dass die Charaktere diesen Traum einfach sehr passiv erleben. Das hat viel zu tun mit diesen Spielleitungsstilen, wie sie früher waren. Es ist also wenig interaktiv, es hat ein bisschen was von Gängelei. Ich glaube, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Was mich aber brennend interessieren würde, ist, welche Erfahrungen ihr so mit Träumen gemacht habt, ob ihr die gerne mögt, wo ihr sie eingebracht habt. Und falls das irgendwie ein Stream war oder so, vielleicht mit Zeitstempel, das wäre ganz nett von euch, dann packt das doch unten in die Kommentare, weil wie gesagt, ich bin großer Fan von Träumen. Und falls es Streams gibt da draußen, wo Träume vorkommen, die ich noch nicht kenne, würde ich mir die wahnsinnig gerne angucken. Wenn ihr weitere Tipps habt zum Vorgehen mit Träumen oder wie ihr das handhabt, wie ihr diesen Zeitaufwand regelt oder welche positiv-negativ-Erfahrungen ihr so gemacht habt, auch dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in den Kommentaren hinterlassen würdet. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.